Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Lego Star Wars Vorstellungsvideo, und zwar heute Commander Cody Helm. Ja, da ist das gute Stück Phase 1, schön in gelb, weiß und ich habe das Schild vorne abgebrochen. Scheiße, ist wieder dran, Essensreste sind auch noch auf dem Tisch, naja. Ja, das ist die Lego Star Wars 75350 Clone Commander Cody Helm mit 766 Teile, Phase 1, gelb, weiß. Passt perfekt zu Captain Rex, also würde ich euch empfehlen, kauft ihr das immer gleichzeitig, immer Cody und Rex gleichzeitig kaufen. Außer ihr seid extremer Cody Fan oder extremer Rex Fan, dann könnt ihr die natürlich auch einzeln kaufen. Der Visor auch sehr geil gemacht, auch oben drauf und die Antenne. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier hinten kein rotes Licht mehr drauf ist, weil normalerweise haben ja die Phase 1 Helme hier hinten immer noch so ein kleines rotes Licht. Aber an irgendeinem Tod müssen wir starren, deswegen, ja, ist das halt so, wie es ist. Sticker haben wir natürlich hier und hier und hier überall. Das Einzige, was keiner ist, ist natürlich das hier, aber naja, was willst du machen? Schöner Helm, gefällt mir, ist auch erstmal die letzte Vorstellung mal wieder gewesen. Jetzt kommt, denke ich, noch das Sammlungs-Update-Video. Oder es ist schon gekommen, da bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher. Und ansonsten, falls ihr euch gefragt habt, weil das Video ist noch so kurz, falls ihr euch gefragt habt, boah, der Typ kann die Nummer auswendig? Nee, kann er nicht. Ich habe hier die Lego-Seite offen. Ja, ansonsten, was steht noch an an Lego-Sets demnächst? Es kommt jetzt eine neue Welle, der Made of Force war ja mittlerweile schon, glaube ich, oder ist noch. Und nee, wenn das Video kommt, müsste der schon gewesen sein. Vielleicht habe ich das Made of Force-Give-Dingsbums, die Made of Force-Beilage da mitbekommen. Vielleicht habe ich sie auch verpasst, ich hoffe nicht. Ja, ansonsten war es das. Ich will es wiederhundern unnötig in die Länge strecken. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.